Auf zu den Kultus. Ich bin ein Kultus, ich bin ein Kultus. Und da? Du, wir haben das Quest verpackt. Auch wenn ich dein Teamverständnis reizend finde, hast du das Quest, okay. Aber ich finde es nett, dass du an mich gedacht hast. Bitte, bitte. Och, da ist es. Gott sei Dank. Ja, wir müssen das ja gut uns überlegen, dass wir in allen Gebieten so ein bisschen level. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Hallo. Seiden auf der Ort. Ich bin ein Problem. Das war's für heute. Ich habe nicht gerade dieses Ding gekriegt. Sieht mir auch aus wie eine Kapucia. Sieht aus wie ein Schiff. Mein Schild sogar. Mein Schwerd ist so abgefuckt. Ist das ein Holz? Wenn es wenigstens so stabil wie Holz wäre. Oh, ich habe ja vergessen, Questmen zu nehmen. Vielleicht freue ich mich so ein bisschen auf diese Quests in Asshara. Für die Tausend Quests zum Abgehen, wie kann das sein? Zum Schatten hoch. Freut mich, dass ich das freue. Ich wollte ja nur mal sagen, ich versuche hier immer Konversation zu machen. Ich bin ja nicht zu langweilig, wie ich das sage. Und dann kommt immer Scooby, äh, ja, Newsflash. Weil es immer dasselbe ist. Aber ich freue mich immer auf andere Sachen. Eigentlich nicht. Ich freue mich immer auf genau drei Sachen. Letztens nur noch zwei. Weil Burning Crusade ist jetzt hinter uns. Boah, das ist eine coole Lose. Ah, das stimmt. Klang serious, sollte auch so klingen. Oh, sie hat die hinterher geguckt. Wieder runter gesprungen. Sick. Diesen Gass ist voll geil. Sends mit dem Balkon. Typ ist chillig gegangen, ja. Ich wünsche, ich kann das auch sagen. Doch, ich stand gerade beim Schlacht. Schacht, das muss man ja machen. Das muss man ja machen. Schlachter. Wo bist du? Kultisten an den Docks besiegt, okay. Stein gesehen? Ich bin jetzt an den Docks. Ich sehe ihn. Tom Hacker. Was muss ich tun? Boah, der verkauft die coole Greife. Oh, der verkauft die coole Greife. See you in the beer. Hallo. Wie geht's? Oh. Was, gib euch durch den Kopf. Boah, Tom Hacker ist tot. Was für ein cooles Gass ist das. So. So ist futuristisch, äh... Mitleiderich. In der Küche. Ja, du warst so eben im Schlachter. Ich war beim Schlachter, Kulder. Ich versuch. Ich versuch. John, du bist doch ein Kultist, oder? Ich find's da raus, indem ich diese Kugel frage. Oh, er brennt. Ich glaub, das ist das Schlechtsteil. Ja, ich mein, wenn man über ihn drüber geht, wird sogar das Gassel angezeigt. Ja, Dude, das hatte ich verraten. Die Kultisten sind echt überall. Der Schlachter kam mir gleich seltsam vor. Gefängnis. Hurray. Ich liebe Prisons. Ach, was ist gut. Oh, das ist ein bisschen tricky, ja? Das kann ja ruckzuck... äh, den Bürgerkrieg aussahmen. Man sieht ja nämlich zwei Wachen, ja. Und die Wache mit Chains? Cool, ja. Ich bin übel in Black, ich weiß auch nicht. Zwei Wachen. Ja, ja. Wie mysteriös. Ich übernehme mich erstmal drüber nachdenken. Die Stühle sind leider nicht benützbar. Man kann Cojoin nämlich auch nicht denken. Genau, you dudes. Ja? Man weiß echt nicht, was man sagen soll. Wie schnell die Daumen gehen. Mit Kader wird ein bisschen schwierig, hier das Gebiet mal zu zeigen. Müssen wir mal ein bisschen waschieren, ein bisschen visual sein. Das dürfte kein Problem sein. Das ist ein Problem. Oh ja, nein. Wie machen wir das nur? Ich sehe ein Problem. Besser? Ach, was ein schwuler Helm. Ein schwuler Moment, Scooby. Ich liebe diese Kerstin, das ist was. Jeden schwulen Moment hier aufzeichnen, ne? Da würden wir nicht mehr zum Spielen kommen. Das stimmt. Mann, ich fuhr, wie wir über Questen abgeben haben. Das stimmt. Ich finde gut, dass der Typ hier nicht so ein normaler, normale Spielfigur hat. Ja. Dass er auch wirklich schon mal was hergibt. Ja, die gibt ja ganz schön was her. Konversation, sage ich mal. Aber auch die Frau, muss ich sagen, ne? Die soll ich in Pazama spielen, ne? Oder, oder die Kuh. Die sieht man sonst nicht. Selber blöd. Na, ich gehe in die Mine. Aber die Frau ist wirklich... ist hot, ja. Okay, cool. Hup, 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 hup. Ich habe es eingesehen, dass du das nicht gut fandest, dass ich das gesagt habe. Ja. Ja. Ich fand es nicht so schlecht. Und, ähm, mir ist es auch egal, dass du jetzt zickig bist. Ich grüße ich eigentlich so eine Mine. Ist ja mit so Skeletten... Und Toten? Mit der Rüstung der Allianz. Na, stimmt. Okay. Ich mag es hier nur um Quest abgeben. Ja. So hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ein Karibu. Ah. Aha. So, nur. Wo. Jeremiah. Killquests. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Killquests. Awesome. Oh ja. Vielen Dank.